Wer kennt noch solche Köstlichkeiten wie den türkischen Honig, klebrige Zuckerwatte oder Kokosspalten zum Knabbern? Ich kann mich nicht nur gut an das lukulische Fingerfood der 50er Jahre erinnern, ich schmecke in Gedanken noch das herrliche, süße Zeug, das einem die Zahnplomben zog und unser karges Taschengeld viel zu schnell unweigerlich dahin schwingen ließ. Natürlich rede ich von der Kirmes. Hier in Braunschweig kennen wir die Kirmes als Masch. Warum auch immer. Und die Masch, der große traditionelle Rummel, fiel in diesem Jahr wegen der mit einiger Wahrscheinlichkeit infizierenden Menschenmassen auf engem Raum dem Schutz vor dem Coronavirus zum Opfer. Eigentlich. Aber eine Mini-Masch gibt es dann doch noch. In der Braunschweiger Innenstadt finden Maschbegeisterte zur Zeit neben einigen Imbissständen und Kinderkarussells mit samt knallroten Feuerwehrautos und Hoppe-Hoppe-Reiterpferden sogar ein Nostalgie-Kettenkarussell auf dem Schlossplatz und ein veritables Riesenrad vor dem Rathaus. Natürlich fliegen und schweben wir in diesen Zeiten mit gehörigen Abstandsregeln und dem obligatorischen Mund- und Nasenschutz in die Höhen des außerordentlichen Maschvergnügens. Und das ist ein Nostalgie-Kettenkarus. Vielen Dank.